So, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Red Bull mit den lieben... Trader Jones! Genau, ich habe einen Trader Jones ja vorhin gefragt, was ich immer gerne als nächstes spielen soll für ihn. Er sagt Strike it Karkant, Eroberung Large. Bin ich ganz, finde ich ganz cool, ist eine gute Map. Und Trader Jones, stell mal mein Begleit bei mir, dann kannst du den kleinen Helikopter... ...Helikopter, warte, gehen wir kurz den Scanner rein, so! So, Trader als Helikopterpilot, ich hoffe, er stellt sich gut an. Ich habe vergessen, den Reparativ-Ding jetzt mitzunehmen. Wir vergessen meine Sachen auch mitzunehmen. Jups! Pfff! Poweralarm? Nein! Ah, verdammt! Was ist schlecht? Wieso, was du damit erfasst? Oh, ist wirklich schlecht! Oh, verdammt! Draus! 1% musst du nicht mehr schaffen! Auf mein neues! Ja, weil ich stört so perfekt ab, dass ich gleich beim Flugplatz wieder bin. So, auf den nächsten, Hedi! Ja, ich muss eigentlich auch noch meine Ausrüstung hier verhindern. Da oben, Hedi! Los, schießen! Wir haben auch keine anderen Luftwaffe. Vielleicht zieht euch jetzt Ramsey nach unten! Ah, doch nicht! Ach, der jetzt guckt der zu uns! Was ist denn da jetzt? Oh! Nicht aus der Basis schießen, du wirst es nicht! LOL! Ey, das Ding hab mich gerade gerode killed! Ich hab's gesehen! Das sah aus meiner Sicht richtig epic aus! Der hat mich gerade gerode killed! Vergiss, ich hab ein Tool hier rein zu denken! Ich bin schon bei dir! Ich bin noch Zeit! Gleich schießen! Hey, das ist es ist es! Lick mich da rein! Awesome! Das zerfetzt! Das zerfetzt uns jetzt wahrscheinlich! Äh, rechts! Hinter uns ist der Heltett! Ja, wir haben noch einer Fassentier! Ah, der Heltett ist immer noch hinter uns! Wo soll er jetzt sein? Hinter uns, ja! Weiter! Gar vorne! Ach, scheiße! Nicht auf uns zu bleiben! Jetzt kommt noch rummelend hier das Ding, alter! Der ist der Panzer! Alter! Ja, ja! Ich weiß nicht! Du dann und auch den Panzer! Ich bin schon mal ab! Ja, ich auch! Boah! Wir können den LLB und den Husten nicht richtig einfallen! Verrascht! Was? Ich bin direkt in den Panzer eingestiegen! Da warte ich kann reparieren wenn ich das schaffe! Achso! Ja, okay! Nein! Nex! Scheiße! Nee, nee! Streck einen bei den LLB! Streck den Panzer hoch! Ehm! Ist der Panzer? Super schön! Einer ist down! Hast du noch einen noch? Ja, ja! Ja, ja! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Der hier liegt! Dünnis links! Sehr schön! Du musst dich noch nicht mal wegbewegen hier! Komm schon! Der Vertrieb von links! Komm zu dir! Ein bisschen angedetet ist er! Down! Ein Puppe habe ich hier noch Boah, der hat mir ganz schön gegeben Müssen wir den Panzer operieren, lass mal schnell Winten ist mir überhaupt alles Au! Scheiße, Dreck Einfach die falsche Ausrüstung drin Achtung, da steckt gleich ein Panzer ein, der Typ Der ist noch am, der ist glaube ich bei dem Brunnen dort und dann näher Musst aufpassen, dass er dich abschießt gleich Ein Panzer Kein Panzer wieder Jo, bin da und drinnen Bin da Da oben segelt ihn noch runter Scharfschützer Gut, machen wir uns jetzt los Ja, ich hab Brunnen im Haus, da ist noch einer Hinter dir, da war gerade einer noch Was echt? Da war noch irgendwie einer, der ist mir gerade entkommen Tappen Tappen Stau'n Ok, ich fahr jetzt vor zu D Ich fahr kurz ein bisschen Hoppala We can muterize the objective Ich hab Müll dich hier, da ich mein Basel-Feeder installiert habe Und da irgendwie keine Cloud drin ist bei mir Halt auf mich, der Heli oder der Jet oder sowas Halt auf mich, der Heli oder der Jet oder sowas Ja, komm runter Kommst mit Heli, flieb tiefer Ja Aber noch nichts zuzieht, was ich ihn erwische Naja, ich auch nicht Ja, ich hab ein kleines Problem gleich Vergesst nicht, auch kein Buddy auf den Gear Oh, der Jet Alter So, da muss ich ganz kurz hier mal meine Aus... Auslösung wieder richtig machen Reaktive rein, da muss das dicke MG rein LOL Äh Shhh So läuft das Ja, ich hab'n Soundback Ha, mein Panzer ist lautlos Hahaha, das ist geil Ich hab'n lautlose Panzer, wie cool Heli Heli So, soll ich mal ein bisschen Luftunterstützung fliegen Oder Helikopter, oder? Hm, mach Helikopter Also dir überlassen, was du machst Boah Wollen wir mal wieder die G-Tasten hier belegen, dass ich gleich hier auf CV hab, weißt du? Mhm So, C3 eingenommen Ich hab'n lautlose Panzer, ist das nicht cool? Ich hab'n lautlose Panzer, ist das nicht cool? Weißt du, da schießt grad ne TV aus, sondern scheiß Versorger Helikopter, was man eher... Ja, ne? Er war alles grad abgeschmiert Huch Ja, auf die letzte Zeit schon wieder zu viel Battlefield 2 gespielt, das merk' ich an meiner Mausteuerung Wow, da schießt was Hartes So Oh 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 Wir kontrollieren den Stand, äh Strand, das ist schon mal wunderbar, da kommt ein BTR und ein leichtes Fahrzeug zu dir Okay Richtung BA, ich hab' keine genaueren Daten Ich hab'n positivste Okay Du dodgst eigentlich jetzt den Kampf gewinnen, weil ich ein bisschen reingehe Ja Ich muss auch nachhören, das fehlt Nein, ich hab'n gewöhnt Die bist doch gefangen, ich weiß es nicht Ah, ist ja schon Cheechos, kannst du mich schnell abholen? Oder ist das... Oh, okay, doch nicht Ja, so momentan ist das doch nicht schlecht, aber Du kannst mich reparieren, wenn du kannst Jo Oh Feldrapper tun hier Oh, der kann Bleib'n, dein Panzer Alter, wo der ist, Alter Alter Ey, mach'n, Alter Ich hab'n, Alter Ich hab'n, Alter Ich hab'n tot, Alter, was passiert Pfff Awesome Ich hab'n zu lachen, Alter Ich hab'n zu lachen, Alter Alter, geil Ich hab'n zu lachen, Alter Ich hab'n zu lachen, ich hab'n zu lachen, aber Schール von da wo du bist, ein zweites Haus und da schießt du schon drauf, ist richtig, da ist das Haus. Hat sich hinten drin nur versteckt. Links kommt er raus, rechts halt einfach, hat eh Rebokant besetzt. Mal spielen, mal überraschend, okay, ist ein anderes Haus. Der eine hab ich zu verstanden. Hat es den angetötet oder? Ja, da ist noch irgendwas rum. Ich hab ein bisschen gecrollt. Ah, hier sind ihr diebert hinter mir. Warte, warte, warte. Blödes Teil, komm her. War der zufällig vom Finals Dinger? Ah, fuck, da ist noch mal ein Gebäude drin. Pass auf, der findet ihr den Panzer kauen. Warte, ich hab ihn gleich hinterfüllen können. Nee, bleib da. Wo ist denn der? Er guckt wo du bist. Du laufst jetzt raus, hintenrum, hoch ins Gebäude. Okay, ich schreib mich noch mal kurz ganz. Bongo, Jens, steig jetzt ein. Ich mach weiter, steig ein, steig. Au. Erstere Brille? Ja, haben mich gleich, haben mich gleich getötet. C4, C4, C4. Auf deiner Seite oben ausgestiegen. Okay, steig. Ah, scheiße, bin down. Ah, so ne scheiße. Ah, Helikopterversorgung. Juh, steig mit ein. Ja, das ist schön. Ich bin bereit, jede Zeit. Ja, warte, ich sag dir, wenn du reinsteigen sollst, ich kann ja so einen kleinen Starttrick. Jetzt. Schnauer, jup. 12 Uhr, Hidi. Oha, verdammt. Topo geht's hoch. Oha, jetzt. Ich komm mit dem, mit dem missile nicht klar. Oh, das ist schlecht, oder? Muss ich aussteigen? Okay, steig mal über... Muss ich aussteigen oder drinnen bleiben? Nein, drinnen bleiben. Okay. Jetzt kannst du aussteigen. Und bleiben. Oh. Die Leute sind auch nicht gestorben. So, wo ist der hin? Weiß nicht, der ist auch kein Problem. Ich hätte auch zwei Ergäten reingekriegt von mir. Weiß nicht, aber nicht, ob die Not gelandet sind oder so. Und ist ein Panzer? Bei G irgendwie. Wo hast du ein Panzer? Wo hast du? Bei C. Jo. Oh, das war falsch. Gelenkt. Und drastet mir den Pantrieb. Da ist noch mal verdrissen. Direkt da, bei den Bäumen. Ja. Da hast du weg. Nee, bestimmt nicht gekriegt. Wenn du jetzt an der CV, das fackst du mir weg. Da. Da, Auto, Auto, direkt vor uns. Wow, was war das? Wir haben uns zurück in die Basis, sonst was rappen hier. Ja. Rappen, so. Weißt du, ich no bass, babe. Boah, wir retten uns jetzt. Also, Automatik. Kannst du mal bei B gucken, die da rauskommt. Jupp. Einfach so stark zu sein. Der F-1 drehts down. Ist da noch irgendwas? Ich seh nichts, ne. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Gucken, was da bei F los ist. Boah, schass. Reichtestes Transmortilieger bei F? Äh, A meine ich, verzeihung. Oh, sich. Könnt nicht reichen, ne. Boah, lol. Scheiße. Ja, nicht schlimm. Technologische Kriegsführung. Nösslich. Hab. Kamuuffier, ich fand, zerstörter. Du hast so einen heftigen Unikel. Du hieß ihn auch noch raus. Das ist schlecht. Aber? Äh, ich würde das fast als Space Raps sagen. Weiß eigentlich, muss ich sagen. So. Ah, wir waren auch in der Luft, würde ich sagen. LOL. 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 Okay, wie ging das jetzt? So. Wie kam der da jetzt hin? Er war in der Jet über uns. Er ist abgesprungen einfach. LOL. Weiß man ja noch was. Das war fies. Wenn er jetzt schreibt, dass wir ein Helicopter waren. Wir waren im Land und wir sind gerade erst wieder gestartet. Dann wäre es möglich starten, ein Helicopter dürfen nicht zerstört werden. Das ist auch ne Regel. Verliebe ich diese Regeln. Haben wir in der Bar. Warte, noch nicht. Jetzt. Oh ja. Warte. Jetzt. Es gibt ja so nen kleinen Trick. Wenn du richtig schnell starten möchtest, dann musst du einsteigen. F2 und F1 wieder. Hm, weiß ich. Oh, waren wir links. Links. Bei F. F? F1. Ja, ist okay. Komm ich nicht mehr ran. Ey, hier die 12 Uhr gleich. Da oben. Positiv. Ich versuch's diesmal. Vielleicht klappt das jetzt. Oh, ist zu weit. Keine Tee. Ne, das ist ja. Ach, Mensch. Deine Freundin. Ja, schlecht. Ja, schlecht. Ja, die kommt nach Hause. Gut zu wissen. Helikopter. Der sinnvoll. Ja, ein bisschen höher. Fuss ran. Jo. Hast du ein kurzes Hightfall? Ach. Ich bin immer gut nah dran, Alter. Oh, oh, oh. Ja. Kriegst du ihn runter? Ja, krieg ich mir hin. Ja, ich muss ihn fort... Ja, ich lande in dieser Feuerwehr. Ich muss ihn fort... Ja, ich lande in dieser Feuerwehr. Ja, ich komm nicht ran. Oh, verdammt war das knapp. Vergiss nicht einzusteigen. Oha. Muss doch rumlaufen, ne? Oh. Ich war 1-2-0. So. Ich hab sogar Aera dabei. Loll. Ja, hab ich. So. So, so. Okay, Panzer ist noch nirgendwo zu sehen. Bei Aeraise Panzer. Ja, ich weiß nicht, ob das ist. Nee, das ist dumm. Warte mal, wir fliegen steil. Geht schon mal auf unseren NTV. Jo. Hight. Shit is dank. So muss es aussehen. Da lieber 15 nirgends drauf. Gorn. Dank. Sehr schön. Gucken, was wir wieder bei G. Da ist ein BTR. Ja. Hast du die V wieder? Jo. Nee, war nichts. Ja, äh, nicht gehitet. Wow, das sah der Aera. Sehr schön. Das wird ein bisschen mies. Ja, sehr schön. Wer sich noch hier daran erinnern kann, dass hier war mal früher der Helikopterstabplatz. Damals. Da im Vertrisse auf der Autobahn da. Oder die Vertrisse. Ja. Wollen wir eigentlich mal gucken, was das gleich hier auf Fasting macht. Hier auf dem Dach ist nichts. Sieht ja auch hier aus. Gucken wir mal, was da wieder bei Erdkuss ist. Da wieder in dem Vertrisse. Check. Ja. Panzer bei DxD. Äh, Gino tome. Ja. Ich hoffe es ist. Ja. Direkt her. Oh, da war noch ein paar Wange. Die sind gegangen oder? Nein. Bei der Dome. Ja. Gesehen? Jop. Dafür, was da bei F. Der Bus ist. Eben. Ja, hab ihn gesehen. Ja, der zieh ich noch. Boah, ich hab ihn. Boah, hast du die Rakete gesehen? Ja. Ja. Panzer hier. Da schießt irgendwas aufs Feld da. Sobald 12 Uhr gerade aufhangen. Hab. Da, BTR Schüsse. Da. Und gleich mit dem Auto hinterher. Oh, was ist denn irgendwas drauf? Doch. Das war eigentlich irgendwas auf uns. BTR oder sowas. Das ist 0.20 Meter, danke. Nein, das passt nicht. Das ist echt guter Pilot ohne Scheiß. Was ist es denn so? Was macht der da jetzt? Oh, Jet! Rechts! TV! Okay, so geht's ja klar auf. Ja, ich hab überlegen, was er da macht. Das ist halt so. Wow. Wow. Abrams, nice Schuss, Alter. Nice. Ah, ich dachte, ob das war linken. Wir waren ja noch auf was. Das hab ich doch. Scheiße. Soflam ist hier irgendwo. Wenn ich erwarte, dass das Soflam ist. Ist irgendwann Soflam gewesen. Schweinepriester. Soflam, Schweinehund. Vielleicht du gleich mal in den I rein, dann gehst du sofort auf 2 und dann such ich auch nicht sofort. Jo. Dann haben wir auch den Effekt mit denen. Huch, warte. 4... E... 2. Äh, Gumpfeli, ähm... Ja, ich ist. Ich versuch's. Nein, das gibt's nicht. Ja, ich... Es sind aber wirklich Millimeter, die da fehlen. Ich fang den Meister. Ja, ich... Ja, es sind... ...meister... ... ... ... ... ... ... Wo, 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 hab ich auch gesehen Hier war ein bisschen auf Höhe hier Da ist schon wieder das Soflame, hast du gemerkt? Ja Hier und so ist der Winkel glaube ich vom B Der Panzer? Ich habe ganz schön viele Panzer über den B da, wenn er weiter fließt Die Technik ist ja schön Das ist bestimmt ein Stinger Das ist ein Stinger, ja Das ist so fix zuflamen Das Ding habe ich gesehen, die steht ja irgendwo im Dach Fuck, steht auch im Dach Hab ihn Wollen wir wegflamen? Nee, ich denke wir nicht wegflamen Oh, alten Helicopter, Landeplatz Der wird erfasst, ne? Ja, er wird erfasst Alter, guck mal was für ein Winkel, ey Pisser Elender Pisser Ich muss aber fassen wohl, wir waren mit 125m am Ende Voll auf die 12 Ja, aber richtig, ja Voll nicht reingedrückt Ich muss sagen, wenn er ganz klar ist, ich muss den Block top Auf die 12 Auf die 12 Jetzt Aber ich komme gar nicht Wo? Oben, her, rechts Ah da, jetzt habe ich jetzt hier Guck mal ob ich den Stinger schütze dafür Ach Entschuldigung, ich treffe irgendwie wieder das TV-Bissl nicht Wo ist er jetzt hin? Links Links Und über G Ah, die Stinger kommt von, die Stinger kommt von E Ja, die kam doch Ja, haben wir ja gesehen, dass er da ein Bräuter reinkommt Der Engenbruder und andere Bräuter Da ist es Nee, es ist Schadenschutz Oh, Alter, da ist es Da ist es Geht nochmal Oh, Alter Oh, Scheiße, wir haben hier die da auf der Linken noch Geht zurück Ich glaube, ich lässt es halt wieder ein bisschen weil ich jetzt frei gespielt Diesmal kommt sie von Er, äh, äh, C Ich muss einfach mal random eins zu schießen Gerade getroffen Das gibt es nicht, Alter Wann ist sie so unter dem Radar weg? Was ist das? Mach schon Jupp Äh, ich wollte gerade sagen, steck mal lieber ein Wir haben gleich wieder einen Jet hier drinnen Oh, unser, gleich hinterher geraten Einsteigen, einsteigen, einsteigen Okay, aber da unten bleib ich Ey, bei mir ist er unterhalb durch Unter mir ist er, der habe ich fast gerockelt, ey Verdammt, was war das jetzt? Nein, ich vergesse einzusteigen Oh, ich muss abheben hier Ritter du dich mal Ich habe gerade ein Problem gehabt, der Typ da, ne Genau, steig bei dir Mit drin Ja, genau so, wenn wir noch nicht heilen Dann können wir mal weg hier Du kannst weiter retten Du kannst weiter retten Du kannst voll dein Werk voll hin Wir werden erfasst Aua, Fassung Einschalten Komm nicht rein Loll Glaubst du ja nicht, oder? Da ist er Busser Ab Busser Ich habe ihn auch nicht mehr gesehen Busser 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 Zudem Boltabladen Und bl 것으로 Busser Und ein Besser trotzdem, dank dem super geilen Piloten-Trailer. Boah, das ist auch schon mal besser geflogen. Ein Haufen Middles bekommen gerade? Komplett Effektiv, Maintenance, Ordensbender und ein ATT&CK Helikopter-Service-Star. Boah, mal wieder irgendwann fliegen, ey. Ich glaub nicht, ja auch lange nicht mehr. Na gut, dann sagt der Tot-Levelikum-Ciao, der liebe Trailer-Jones auch. Jo, tschüss! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und zwar ist Reket Kackant.